Hallo und herzlich Willkommen zurück zu I Am Bread. Ich bin JustMe und wir befinden uns bei Tuesday. Das letzte Mal haben wir uns in der Küche versucht und nach dem dritten Versuch als Super Bread ist mehr oder weniger erfolgreich abgeschlossen. Und dann stürzen wir uns doch einfach mal rein und gucken, wie schnell wir das Ganze jetzt hinkriegen können. Okay, gut, wir sind wieder dieses Stück Brust, Toast, Brust, klar, Brot, Toast. Okay, wir müssen uns irgendwie toasten. Irgendwie. Okay, gucken, was kann ein schon wieder ein Jünger-Turn da oben. Was kann denn warm werden? So eine Lampe kann warm werden. Die Frage ist, wird die warm genug? Ähm. Oder diese Heizung da drüben. Ähm. Also ich gehe ja nicht mit meinen Straßendreckschuhen auf den Teppich. Okay. Ich tippe mal darauf, es ist die Heizung. Das sieht zumindest so aus, als würde man hier rumgehen können. Okay. Ich komme raus, der Brot. Ah. Gut. Links. Links. Rechts. Rechts. Gut. In dem Topf. Na ja. Okay. Links. Rechts. 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 Rechts Gut. Wir sind oben und wir sind immer noch essbar. Die Tonung liegt auf noch. Okay. Auf zum Sofa. Langsam, aber sicher. Gut. Komm schon. Ja. Gut. Ich ist oben. Gut. Gut. Kann ich da auch irgendwie aufhören? Nein. Nein. Gut. Suchen wir uns doch mal einen Weg um die Kisten. Nein, 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 nein. Hast du gedacht, Brot? Das hast du gedacht. Ha 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 ha. Ha 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 ha. No, na na. Na das. Ha 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 ha. hab ich drei Minuten 55 überlebt immerhin bin ich bis zum Sofa gekommen der wunderbar an wunderbar und dann soll ich bis nach da drüben kommen oder was ich wollte mich doch verarschen hat er auch so dreckige Füße und schon wieder auf die Marmelade man hat hier sonst nichts zu tun auch ein Versuch was wert würde ich mal sagen naja ok das hat viel gebracht ok in die Kiste wieder umgeschmissen zufällig zufällig nein schade gut 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 gestalten er ist nach oben und gut wir werden das loslassen 25% Essbarkeit immerhin immerhin komm schon du brot Brot du fällst mir nicht von diesem Scheißsofa runter du nicht 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 heute komm schon das kann auch wohl nicht so schwer sein gut gut hoch geht's gut gut drücken 3 Minuten 56 ich lebe länger als eben das ist aber auch keine Kunst hoch und hoch und hoch komm schon dann gut hinters Kissen warum auch nicht und hat ja sonst nichts zu tun komm raus da komm raus da komm raus da raus da so und hoch komm scheiß Kissen da ok hoch 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 na ah das ist doch nicht wahr scheiß Kripp ne das war das falsche da wollte ich hin und hoch mit hier nein hoch ei 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 okay schon gut danke gut und und komm schon komm schon die fest Krüche ist das nichts Krüche ist das nichts ist das ich höre nicht loslassen nicht loslassen ja ha 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 Komm schon, irgendwie da hoch. Okay. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Oh ja. gut ich hab's mal sofort runter geschafft immerhin wo muss ich jetzt hin noch ein Ticken weiter hoch darüber den ganzen Weg bis dahin aber dann ist die Frage wie krieg ich das Scheißteil an und ich probiere die Lampe da oben ja komm auch mit dir eine gute komm ich will hier mal deine Räder halten so wir müssen nochmal eieieiei eieiei ist das dein Ernst lass mich aus diesem Regal raus irgendwie irgendwo 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 irgendwann komm schon komm mit dir komm 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 sind es wäre ein jahr mal wenn sie auf den Boden fallen würde wenn ich da hinkommen würde die Vase nicht ich probieren wir es noch mal so müssen wir nur hochkommt los Klaas direkt die 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 an die die auf Komm schon. Komm. 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 Warte. Stirb. Okay. So müssen wir es nochmal. Ja. Loslassen. Hahaha. Okay. Weiter im Text. In diese Richtung. Brot. Ohne Grip kann man nichts machen. Ohne Grip. Ohne Grip. Geht das nicht. Und hoch mit hier. Komm schon. Ohne Grip. Ohne Grip. Ohne Grip. That's a good laugh. Nein, nein, nein. Ohne Grip. hier war auch auch mal könnte wieder super blöd werden könnte man Aber, ich krieg das auch ohnehin, bin mir ganz sicher, wenn ich die Marmelade zerstören kann, krieg ich mich auch getoastet. Irgendwie, bestimmt. Oder auch nicht. Warum schon? Kann aber nicht so schwer sein. Gut, 18 Prozent. Immerhin. Schafft nicht jeder, soweit. Das bringt nichts, sich so zu drehen. So, komm schon, rüber da. Ach, der dreckige Schuhe, das ist ja nicht mal feierlich. Gut, ich hab's aufs Sofa geschafft, mit elf Prozent. Was ist ja wieder ganz. Ach. Nein, das ist nicht. Das ist es. Ach, komm schon. Nicht wieder hinters Kissen. Nein. Oh, bin geblieben. Oh, bin geblieben. Oh, bin geblieben. gut. Komm schon. Willst du mich verarschen? Auf. Zur. Lampe. Dang it. Nein, 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 nein. Ha, 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 ha. Okay. Jo, gut, kann ich auch anders gucken, das wäre ganz vorteilhaft, danke, gut, komm, ja, beweg dich, rot, 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 so, ist mein Grip schon wieder weg, das gibt's doch nicht. Und hoch mit dir, komm, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, nee, komm schon, oh, verdammt, das gibt's doch nicht, das ist doch nicht euer Ernst. Ja, dann versuchen wir es halt nochmal. Manu, alle guten Dinge sind drei, oder wie war das, dreimal gestorben, jetzt krieg ich's hin, richtig? Gut. Gut. Vorsichtig, Richtung, Box. Och, das ist, nee. Hoch mit dir. Dummes, rot. Gut. Ja, gut. Nehmen wir einmal die ganze Kiste mit. Warum nicht? Ne. You serious? Ne. 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 Gut, ich bin oben. Stehen, hausend. Warum ist er mit irgendwelchen... weis ich nicht, aber jetzt schon hier durchgelaufen? Ne. 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 인. Tit. G&I U zwei prozent hast du gedacht hast du gedacht du kriegst mich hahaha Boden kann ich denken merkt ihr das ich glaube ich selten so konzentriert da ja ok ja auch wenn er ist da wäre es nicht gewertet Brot aus der okay I ja und da sind wir wieder am Boden der Tatsache oder so Wegst du dich? Danke! Komm, beilig, zack, zack, zack weiter, weiter, weiter oh, nein, 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 ha, 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 ha also irgendwie weiß ich hier nicht fühlt sich das Rot da drinne, wohl, 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 wohl gut gut du verlierst nicht den Grip an mir nein, das tust du nicht nein, das oh, verdammt oh, meine Güte das ist doch nicht wahr ach, ja gut versuchen wir es noch mal ich komme noch nicht mehr mehr in die Wand durch, das ist doch nicht wahr hat ja wunderbar funktioniert hier wunderbar wunderbar naja gut dann soll es wohl nicht sein heute naja ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen wir versuchen das ganze dann beim nächsten mal noch einmal naja genau danke fürs zuschauen feedback, kommentare und so weiter dürft ihr gerne unterhalb des videos lassen und ich freue mich auf euch beim nächsten mal bis zum 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 nächsten mal